Guten Tag, mein Name ist Norman Fleick aus dem Service Center der Haftpflicht Kasse Darmstadt. In unserer Reihe HK Wissen kurz erklärt, möchten wir Ihnen häufig gestellte Fragen kurz und verständlich beantworten. Unser Thema heute ist der Versicherungsort in der Hausratversicherung. Zum Versicherungsort gehören alle auf dem Grundstück befindlichen Räume, Nebengebäude und Garagen sowie an das Gebäude unmittelbar anschließende Balkone, Terrassen und Lottchen. Wichtig hierbei ist, dass diese vom Versicherungsnehmer bzw. alle mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Personen alleine genutzt werden. Zusätzlich versichert sind gemeinschaftlich genutzte und verschließbare Räume, in welchem Hausrat gelagert wird, wie zum Beispiel der Fahrradkeller oder auch der gemeinschaftlich genutzte Waschkeller. Hierzu ein paar Beispiele. Was ist zum Beispiel mit dem Gartenhaus? Wenn sich dieses Gartenhaus auf dem Grundstück befindet, auf welchem sich auch die versicherte Wohnung befindet, gilt dieses Gartenhaus als Nebengebäude und somit auch als mitversichert. Wichtig hierbei ist, dass dieses Gartenhaus auch verschließbar sein muss, zum Beispiel durch ein normales Zylinderschloss oder auch ein Vorhängeschloss. Wie wir schon gehört haben, ist auch die Garage mitversichert. Doch wie verhält es sich, wenn die Garage sich nicht am Versicherungsort befindet, also nicht auf dem Grundstück ist. Hier verhält es sich so, dass auch diese Garage mitversichert ist, wenn sich diese innerhalb der gleichen politischen Gemeinde befindet. In diesem Zusammenhang verweise ich auch gerne auf unseren Videoclip zum Thema Außenversicherung in der Hausratversicherung, welchen Sie sich gerne auf unserem YouTube-Channel der Haftpflichtkasse Darmstadt anschauen können. Bei Fragen zu diesen oder auch anderen Themen zögern Sie bitte nicht, uns anzurufen. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute.